Die Riester-Rente ist die größte Volksverarschung, die jemals in diesem Land organisiert worden ist. Und zwar von Rot-Grün. Wir wollen das bitte nicht vergessen. Wer 2000 Euro brutto oder weniger verdient und Riester hat hinterher Grundsicherung, wenn nicht, Riester hat auch Grundsicherung. Die Riester alle komplett für den Arsch. Und der Arsch hat doch einen Namen. Walter Riester. Einer der großen Arbeiterverräter, die die SPD hervorgebracht hat. Da gibt es eine ganze Menge von. Walter Riester, der schlecht verfugte Fliesenleger. Die Stiftung Warentest hat relativ schnell nach Einführung der Riester-Rente ausgerechnet, dass alles, was wir an Steuergeldern in die Riester-Rente reinblasen, denn damit werden sie ja gelockt, ich muss ja machen, Riester-Rente kriegst ein paar Euro Zuschüsse, ja, muss er mitnehmen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wo der Staat das Geld hernimmt, was er Ihnen da dazu tut? Könnte das aus Ihrem Steuergeldern stattfinden? Aber so genau wollen Sie das auch nicht wissen. Der Deutsche kann das trennen. Der Deutsche kennt einen bösen Staat, der mir mal alles abnimmt, und einen guten Staat, der ihm was dazu tut. Und diese beiden Staaten haben nichts füreinander zu tun, meine Damen und Herren. All die Milliarden, die wir jedes Jahr über die Steuergelder in die Riester-Rente reinblasen, kommen überhaupt nicht bei den Sparern an. Dieses Geld versickert komplett in den Taschen der Versicherungsvertreter, in Form von Abschlussgebühren und Provisionen und in den Taschen der Versicherungskonzerne. Das ist offiziell durchgerechnet. Die Sendung Monitor hat das schon vor Jahren darüber berichtet. Der Walter Riester, der hat persönlich von der Riester-Rente profitiert. Der hat nämlich Vorträge gehalten über die Riester-Rente. Für ein paar hunderttausend Euro, noch zu seiner Zeit als Minister. Ja, da hat man ja was zu tun, ne? Als Minister, wenn man keine Lust mehr hat, auf Nase bohren, hält man Vorträge. Sie kennen doch den Kurs für gehobenes Gelaber von SPD-Schwachmaten. 10.000 Euro die Stunde. Steinbe bei den Banken, Riester bei den Versicherungsgesellschaften. Der hat Vorträge gehalten bei den Versicherungsgesellschaften über die Riester-Rente für 10.000 Euro die Stunde. Was glauben Sie denn, wovon Sie das bezahlt haben? Von Ihren Riester-Renten-Beiträgen. Sie glauben immer noch, Sie sparen fürs Alter. Davon machen die Bunga Bunga in Budapest. Riester-Rente ist Vollverarschung, auch für die Leute, die mehr verdienen. Das haben wir Versicherungsmarkter zugeschickt, diese Informationen. Auch da gibt es anständige Menschen, die sagen, so was verkaufe ich nicht. Wenn Sie das, was Sie in die Riester-Rente eingezahlt haben, wenn Sie das in 30 Jahren nur das Geld wiederhaben wollen, müssen Sie hinterher 85 Jahre alt werden, mindestens. Denn vererben können Sie die Riester-Rente nicht. Witwen Riester ist nicht. Sie werden 85 oder die anderen haben gewonnen. Haben Sie eine schöne Wette abgeschlossen. Wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, mit 3% Rendite wiederhaben wollen, müssen Sie schon 95 Jahre alt werden. Finde ich ambitioniert. Wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, mit Inflationsausgleich wiederhaben wollen, müssen Sie Hestas mit Nachnamen heißen. Das ist eine Riesenvolksverarschung von Rot-Grün organisiert und von denen, die bis heute verteidigt. Die sind bis heute nicht bereit, sich von der Schweinerei zu distanzieren. Im Gegenteil, die rufen immer noch dazu auf, die Leute sollen privat, kapitaleigend Altersversorgung betreiben. Und selbst wenn der Mindestlohn jetzt kommen sollte, er wird nicht für alle kommen und auch nicht sofort. Aber gehen wir mal davon aus, 8,50 Euro die Stunde, da weiß ich schon gar nicht, wie soll man das bezahlen. Wissen Sie, was das umgekehrt heißt, 8,50 Euro die Stunde für jemanden, der dafür arbeiten geht? Wir reden von 1.000,50 Euro netto im Monat für einen Single. Das ist dein Mindestlohn. Da weiß man gar nicht, wohin mit der Kohle. Und wenn einem dann noch jemand empfiehlt, davon noch eine kapitalgedehnte Altersversorgung abzuschließen, meine Damen und Herren, dann muss er für das Wort Arschloch eine Steigerung finden. Ich schlage offiziell Sozialdemokrat vor. Diese Volksverarschung, dass die Zeitungen da Verwerbung machen, das kann ich verstehen. Wer schaltet denn Anzeige in der Zeitung? Banken und Versicherungsgesellschaften, also die, die von der ganzen Sache profitieren. Die Zeitungen, die sind doch Teil des Verarschungssystems, das ist doch nicht Teil der Aufklärung. Sogar die öffentlich-rechtlichen Nachrichten verarschen uns inzwischen von morgens bis abends. Allein diese große Lüge jeden Monat, die Zahl der Arbeitslosen. 3 Millionen Arbeitslosen, das haben sie uns so lange eingehärmt, das glauben doch alle. 3 Millionen Arbeitslosen, ja wie super. Wir kommen super durch die Krise in Europa. Und da kommt der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, den Namen können Sie auch mal merken. Einer der Starrs, der Grüne in Baden-Württemberg, Herr Boris Palmer. Und er sagt im Interview, wenn wir die Hartz-IV-Gesetze wieder zurücknehmen, dann haben wir wieder 5 Millionen Arbeitslosen wie damals. Die haben wir im Augenblick auch, du Öko-Brüderle. Was ist denn mit den Grünen passiert? Wenn ich den Ötsch, die mir reden höre, dann mache ich die Augen zu und höre den Rösler. Die Grünen erzählen mir jetzt wirtschaftspolitisch denselben Schwachsinn, den die FDP mir 20 Jahre lang um die Ohren gehauen hat. Und ich habe begriffen, was die alten Leute meinten, wenn die sagten, das ist dasselbe in grün. 3 Millionen Arbeitslose, ja das ist die offizielle Zahl aus der Statistik. Da gibt es aber noch eine Million Menschen, die arbeitslos ist, also die ist nicht arbeitslos, die hat keine Stelle. Das ist eben der Unterschied. Die sind in Umschulung und Hochbildungen. Eine Million Deutsch ist permanent in Umschulung und Hochbildungen. Früher waren die in der Arbeitslosenstatistik mit drin. Jetzt sind die outgesourced. Wir haben 3 Millionen Arbeitslose und eine Million ohne Arbeit. Wenn sie über 58 sind und keine Stelle haben, sind sie auch nicht in der Arbeitslosenstatistik. Dann sind sie für das Abend noch nicht tot, sie sind noch nicht in Rente, sie sind im Schattenreich. Die Menschen, die arbeitslos gemeldet und erfasst sind und krankgeschrieben sind, werden in der Woche, in der sie krankgeschrieben sind, auch noch aus der Arbeitslosenstatistik rausgerechnet. Meine Damen und Herren, wir haben kein Geld, um Lehrer und Krankenschwester zu bezahlen. Wir bezahlen aber Menschen dafür, dass sie jede Woche noch die Kranken aus der Arbeitslosenstatistik rausrechnen. So Herr Palmer, dann kommen wir jetzt noch zu den Aufstockern. Wollen Sie mir erzählen, dass jemand, der 4 Stunden Arbeit die Woche halt Arbeit hat? Das sind da Arbeitslose, die umetikettiert sind. Da geht es doch nur um die Kosmetik. 1,4 Millionen Aufstocker sind eigentlich auch arbeitslos. Da haben wir wieder die 5,5 Millionen Arbeitslose. Und dann kommen noch die Leiharbeiter, die dank Rot-Grün dauerhaft Leiharbeiter sind. Eine Million Menschen arbeitet zum Teil für die Hälfte von dem, was ihnen eigentlich zustehen würde, wenn sie festangestellt wären. Und dann kommen die ganzen tollen neuen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze, wo sie mal Werbung machen. Wir haben so viele neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen. Ja, ja, das stimmt. Es gibt 6 Millionen Deutsche, die haben eine volle Stellung, kommen nicht mal auf 10.000 Euro brutto im Jahr. Das sind die dem Augenblick für 5,6 Euro die Stunde arbeiten. 833 Euro brutto im Monat für eine volle Stelle. Da zahlen sie keine Steuern von, dafür ist zu wenig. Aber Sozialversicherungsbeiträge dürfen sie abdrücken. Das ist doch das Tolle, dass das sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze sind. Sie geben noch 20% ab von ihren 833 Euro für Arbeits- und Kranken- und Pflegeversicherung. Ziehen Sie mal 20% von 833 ab. Wir reden von 13 Millionen Menschen, denen wir keine Stelle anbieten können, wo mehr als Hartz-IV bei rumkommt. Deutschland geht es gut, das ist ein Grund zur Freude. 25% der erwerbsfähigen Bevölkerung können wir in diesem Land keine Arbeit mehr anbieten, von dem wir eine Perspektive entwickeln können, geschweige denn, sie eine Familie aufbauen können. Ich leite die erfolgreichste Bundesregierung-Seite und keiner holt Mutti da raus und sagt, aufwachen, aufwachen. Was? Die hat doch kein politisches Projekt, für das sie steht. Nennen Sie mal ein einziges innerliches Thema. Und die merken, man hat gesagt, hier stehe ich und dafür kämpfe ich. Das gibt es nicht. Das nennt man pragmatisch heutzutage. Ja, flexibel. Die könnte jede Variante als Kontursionistin auftreten. Das sind diese Leute, die können sich so verbiegen, die können sich selbst am Arsch lecken. Das geht nicht ab. Die war im Gesundheitswesen erst für die Kopfpauschale. Können Sie sich noch erinnern? Auf dem Leipziger Partei hat der Kopfpauschale alles durchgerechnet, das einzig sinnvolle System. Das Wort Kopfpauschale hat bei der Bevölkerung nicht zu vermitteln. Da hat die Merkel nicht gesagt, jetzt hören Sie doch mal zu. Das ist so und so, da haben wir uns was dabei gedacht. Dann sagt die Merkel, lass mal das sein, dann machen wir was anderes. Ist okay. Mir nach, ich folge euch. Das ist überhaupt nicht. Hauptschule. Hauptschule ist unverzichtbar, hat sie uns ewig erzählt. Dann hat sie die Hauptschule auf dem vorletzten CDU-Parteitag auch abschaffen lassen. Wehrpflicht. Ohne Wehrpflicht gibt es keine Wehrgerechtigkeit. Die Wehrpflicht durfte der Guttenberg da mal kurz abschaffen. Mindestlohn. Können Sie sich an die Sprüche noch erinnern? Mindestlohn zerstört Arbeitsplätze? Wie viele Jahre? 15 Jahre? 20 Jahre? Da hat in jeder Talkshow ein CDU-Mutant gesessen und gesagt, Mindestlohn zerstört Arbeitsplätze. Und jetzt machen sie Mindestlohn. Ja, ist doch eh alles scheißegal. Geht nur darum, gewählt zu werden. Innerhalb dieses Wirtschaftssystems, solange er keine größeren Schäden für die Reichen anrichtet, ist... Da ist die Ideologie frei. Das beste Beispiel für ihre Wackelhaftigkeit ist doch hier auch die Europapolitik. Die eiserne Lady. Dann gucken Sie, ob wir verstanden haben, was die gemacht hat. Als die Krise ausbrach in Griechenland, hat sie gesagt, die kriegen gar kein Geld. Können Sie sich daran erinnern? Wir dürfen überhaupt nicht zahlen, hat sie gesagt. Da steht in dem Mast durch den Verträgen. Wir dürfen überhaupt nicht helfen. Die kriegen keinen Pfennig. Die müssen alleine klarkommen. Jeder für sich. Als es dann zu spät war, da hat sie die Nummer mit dem 10-Milliarden-Kredit abgezogen. Dann haben die europäischen Länder langsam begriffen, die Dimension der Krise ist so groß, es geht nur alles gemeinsam, wir brauchen diesen Rettungsschirm. Da hat sie gesagt, auf gar keinen Fall. Können Sie sich erinnern? Rettungsschirm kommt überhaupt nicht in Frage. Nur über meine Leiche. Als einige meinten, das lässt sich organisieren. Ja, dann machen wir einen Rettungsschirm, wenn ich bestimmen kann, welche Farbe er hat. Aber dann ist auch Schluss. Dann sagt er, doppelt so groß, ja, wenn wir schon dabei sind. Das ist ja egal. Das ist dir doch egal. Das beste Beispiel ist die Atomenergie. Ein halbes Jahr vor der Atomkatastrophe in Fukushima hat Angela Merkel die Laufzeiten der Altatomein in Deutschland extra nochmal verlängert. Sie hat nach monatelangen Diskussionen gesagt, wir haben alles geprüft, wörtlich hat sie gesagt, wir haben die sichersten Kraftwerke auf der ganzen Welt, da kann überhaupt nichts passieren, die können wir länger laufen lassen. Ein halbes Jahr später kommt der Tsunami in Japan, da sagt sie diesen legendären Satz, man kann an einem solchen Tag nicht sagen, dass die Kalkapwerke sicher sind. Sie sind sicher. Sie hätte auch sagen können, man kann an einem solchen Tag nicht sagen, was ich vor einem halben Jahr gesagt habe. Man kann es sagen. Sie hat auch gleich... Dann hat sie ein Moratorium gemacht, können Sie sich erinnern? Ein Moratorium, ihr zweitgrößter Trick? Moratorium ist nix auf Latein. Aber da ist der Stachatrabbesitzer schwer beeindruckt. Ein Moratorium mit Duktus. Dann hat Merkel den Stresstest für die Kalkapwerke abgewacht, das waren die Wahlen in Baden-Württemberg. Ein paar Wochen nach vorgeschrieben war, war die Wahlen in Baden-Württemberg. Hätten die Baden-Württemberger die CDU im Amt gelassen, wären die Kalkapwerke am Tag danach wieder für sicher erklärt worden. Wette ich mit Ihnen. Die Untersuchungen lagen bestimmt in der Schublade. So hat die Merkel gemerkt, na mit dem Thema kann man im Augenblick keine Wahlen gewinnen. Also macht sie wieder ihren berühmten Schwenk. Und hat die Atomeiler sofort alle stillgelegt. Die Altmeiler. Komplett. Von heute auf morgen. Ohne gesetzliche Grundlage. Das kennt ihr doch aus dem Politbüro. Da klagen die Betreiber jetzt erfolgreich gegen. Das wird uns doch Milliarden kosten, dass die einfach so stillgelegt worden sind. Und dann hat die Merkel gesagt, wir machen eine Energiewende. Und hat zur Begründung nur einen einzelnen Satz gesagt, ich habe über die Kernenergie nochmal völlig neu nachgedacht. Ein halbes Jahr, nachdem sie intensiv alles geprüft hatte und nachgedacht hatte, hat sie nochmal völlig neu nachgedacht. Die Frau hat Physik studiert, das ist Ihnen schon bekannt. Die haben da auf der Uni auch nicht alles erzählt, oder? Jetzt mal unabhängig davon, ob sie Kernenergie gut oder schlecht finden. Wie stellt sich der CDU wieder das eigentlich vor, wenn Dr. Angela Merkel nochmal völlig neu über Kernenergie nachdenkt? Holt die dann die alten Physikbücher aus dem Schrank und guckt nochmal Flugzeuge, Kraftwerke, Schwerkraft, Scheiße. Diese Frau hält doch die Kernkraftwerke nicht für unsicherer als ein halbes Jahr vor Fukushima. Die hat Angst vor der Kernschmerz in der Wahlurne. Das ist alles, was die interessiert. Die hat keine persönliche Überzeugung. Und wenn in zwei Jahren die Deutschen rummeckern, dass die Strompreise so hoch sind, dann wird sie sagen, ja, ich hätte dann noch ein paar Altmeiler. Ich könnte nochmal neu nachdenken. Die regiert uns mit Floskeln und redet uns nach dem Mund. Und inhaltlich legt es sich, denn es geht überhaupt nicht fest. Da kommen so Sätze wie, wir müssen dieser Frage eine gemeinsame Lösung finden. Wir müssen dieser Frage Geschlossenheit zeigen. Sehr schön, auch wenn du eine neue Ansprache hast. Das wird ein schwieriger Weg. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Das wird eine Herkulesaufgabe. Der letzte Wahlkampfverstand aus Plakaten, da stand drauf, Wachstum braucht Weitblick. Alles Variationen vom Pfff. Sehr schön, auch das Plakat. Solide Finanzen sind wichtig. Gute Schuhe auch. Machen Sie den Test. Beim nächsten Merkel-Interview im Fernsehen drehen Sie einfach den Ton ab und er konzentriert sich nur auf das Gesicht der Kanzlerin. Irgendwann verschwimmt das vor Ihren Augen und wirkt sie dem Hund von L'Oreal aus dem einen Sketch. Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Vielen Dank.